Jetzt kommen die Bonuslevel. Aber dafür müssen wir eins erstmal freischalten. Weil da kommen wir noch gar nicht hin. Und irgendwie habe ich im Verdacht, wir müssen von da aus dahin. Meinst du? Meinst du? Meinst du? Wir gehen jetzt also mal... Wir brauchen nichts suchen, außer den geheimen Ausgang. Und vielleicht das eine oder andere Leben, weil wir haben nur noch zwei. Vielleicht gehen wir vorher noch schnell eins kaufen. So ganz ohne Leben ist nämlich irgendwie blöd. Wo verlieren wir denn die alle? Immer wenn du runterfällst. Ich so nicht. Diese Polarfeile ziehen ein echt runter. Pfeifen, nicht Pfeile. Und das mitten in der Surf-Saison. Na gut, dann gucken wir mal wieviel leben. Tun wir nochmal zehn dabei. Zumindest wieder zwölf. Und kaufen einen Squawks. Sehr schön. Und verlassen den Laden. Pass auf da draußen. Ja ja. Ich weiß gar nicht mehr welches Bonuslevel das war mit dem vielen Gehüpfe. Wie ist das? Hoppala hopp. Hoppsa hopp. Oder irgendwie so. Ich glaube da müssen wir nochmal ein bisschen durchhüpfen. Du. Na gut, ich. So. Also wo könnte ein geheimer Ausgang sein? Hier unten. Ne, so früh sind die auch nicht. Ja schon so gegen Ende. Aber ganz am Ende war dieses komische Gematsche von den Viechern. Wir wo immer die... Oh. Oh, oh, oh. Wo die, äh, die Früchte immer zeigstet wurden und wir immer hochhüpfen mussten. Ich weiß nicht, ob du nicht noch einlässt. Ne. Echt nicht? Doch. Okay. Banane. So, da oben waren wir ja schon. Da oben war auch nicht. Oh Mann. Blödes Viech. genau ich habe es natürlich getroffen zu werden ja natürlich wo gut das leben eingepackt haben sonst hätten wir jetzt schon keine mehr okay nächster versuch eine mütze ein fressviech kaputt das nächste fressviech attacke du von innen ich von außen dann darüber man kann doch nicht sein denn jedes mal gegen fall ich komme ich auch habe ich kurz nichts häckseln lassen oder so singt mein gelegter vogel oh ja volles leben wo sich ich komme alles schön einsammeln wir können alles gebrauchen sehr gut jetzt schnell rüber okay nun lässt sich einfach nachziehen noch besser ist ja da kam jetzt die bohrmaschine jetzt wieder irgendwo unten rum mache ich hier habe ich halt das ding an das ist jetzt die schwein hier das waren diese lustigen springscheiben hier noch schon nicht geschaffen nö nicht mehr essen münze noch eine münze hopps 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 ein zurück wieder ein vor bitte danke und fast du warst kurz da und wieder weg hast du gesehen wenigstens nee ich habe mich doch gar nicht bewegt ja aber du bist gestorben bestimmt irgendwo hier in so einem stresspart oder so brennender fisch oh ne die plattform war gar nicht da ok hier rüber ist noch alles gut wir sind noch in der zeit oh du hast mich vergessen und da bin ich auch auch mann was ist denn los mit dir ich bin unter der plattform hängen geblieben unter der plattform ja ist ganz schlecht ganz schlechtes timing oh ne oh ne oh ne oh ne was mit raus keine Sorgen ich sammle kurz alles ein münze so jetzt so langsam mal ne ich weiß gar nicht wie weit wir überhaupt sind jo komm mal rein du hast rausgefahren kommt kann man selber dann rein ne ich sterb die ganze zeit es sieht schon so aus als wäre das auch aber aber in dem moment kommt man ein stück hier rüber das kammer ein bisschen mit an dem moment kommt es auch schon raus okay aber die können wir das scheinchen auslösen aber danach kam doch hier dieses gehüpfe mit dem geschreddere und dann haben wir es nicht jetzt hier schon springen wir da rein ich springen alle rein ja genau und dann war schon das kann man die hier kaputt machen womit wenn man die zieht kommt das fass ja dann kommen mit ach nee da kommt jetzt noch das so weit sind wir ja noch gar nicht ok kann man denn mit den millionen weiterfahren Die werden immer kaputt gehauen, ne? Komm mit, komm mit mit. Da sind doch alle hinterher kaputt. Ja, vor allem nicht. Warum bist du nicht getroffen worden? Weil ich gut bin. Ich bin, glaube ich, ausgewichen oder so. Ach, jetzt wird mir gefressen. Oh, nein. Oh, Mann. Wir haben noch ein Leben. Sollte ich noch aufhören zu sterben. Okay. Dann bin ich wieder. Warte, hier kriegen wir wieder volles Leben. So. Oben. Keine Ahnung. Und wie ist das doof? Was ist denn da oben an dem Zielding? Das haben wir eben nicht rausgezogen, ne? Eine Banane? Oh, toll, eine Banane. Okay. Nimm den. Nimm den. Ja, sie. So schwer war es gar nicht. Okay, wir brauchen... Wir brauchen... Ganz viel. Yay! Zwölf Leben. Sehr gut. Und ein O. Ich möchte ein O kaufen. Ich glaube, auch mit den zwölf Leben kommen wir nicht so weit. Wir haben jetzt zwölf Leben und 15 Münzen. Und uns erwartet Honig... Ha... Was? Honig? Halekinaden. Naja. Halekinaden nämlich. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal zurück. Und... Mucitanin war es nicht. Lasawanna war es auch nicht. War es Alpatoi? Kann gut sein. War es Alpatoi? Der Bossaffenaufstand war es nicht. Das war nicht... Das war nicht... Hanzefatz mit Ratzefatz. Laufen. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Ja, komm, Donkey. Jetzt... Jetzt... Jetzt streng ich auch ein bisschen an. War das hier irgendwie mit... Hopolosopopopopopopos. Klingt gut. Ich mache jetzt mal eine schöne Runde Hopolopsopsopsops. Das ist ja noch gar nicht so lange her, das Level, ne? Das müsste ich ja eigentlich alles noch können. Ratzefatz. Ratzefatz. Du kommst mit? Und jetzt gehen wir Leben sammeln. Und zwar... Hopps. Und hier geht's weg weiter. Hopps. 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 Bäm. 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 Und da haben wir schon das erste Leben. Und hier rüber. Und so. Und so. Oh. Ich getroffen. Mist. War eine Münze, die jetzt fehlt. Wie ging's hier weiter? Ach ja, genau. Es ging alles kaputt. Flatterflatter. Bäm. Und bäm. Und... Ah ja, genau. Pinguine gab's ja noch. Pinguine-Massaker. Oh. Sau. Leben. 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 Kommt mal einer? Ne? Ach man. Drei Klinge. Denen. 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 Wie gesagt. Bäm. Bäm. Und direkt auf den. Eins. Zwei. Drei. Und rüber. Und wunderbar. Ah. Das Level gefällt mir. Das ist ein schönes Level. Mann ist das ein schönes Level. Warum war das vom ersten Mal nicht so schön? Ah ja genau. Da kommt noch einer. Und rüber. Und hat gereicht. Und so. Und so. Und so. Und so. Und rüber. Und eben. Tchaka. Ah Mist. Genau. Da hatte ich die letzten Male in dem Level immer dran gedacht. Ja. Dass man da eigentlich mal rüberspringen könnte direkt. Oh. Oh ja. Die waren auch gut. So. Und noch einer. Und noch einer. Und noch einer. Und einen können wir noch. Oh ne. Oh ne. Oh Mist. Oh nein. Na gut. Aber es sind schon 17 Leben. Und noch von vorne. Yeah. Weil es uns Spaß gemacht hat. Bing. Und rüber. Und hops. Und hops. Und hops. Und hops. Und hops. Und hops. Flattern. Und bim. 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 Leben. Puzzleteil. Banane. Ach mehr. So. Und hier rüber. Und so. Und gleich geht die Musik auch wieder los. Und den nehmen wir schon mit. Und den nehmen wir auch mit. Dadurch haben wir nämlich noch mehr Treffer. Oh toll. Dafür den nicht. Oh nein. Oh Mann. Was war da los? Was war da los Dixie? Du hast auf die Musik gewartet. Ja. Der Ansporn fehlte. Ja eben. Du musst singen. Ja. Aber wenn die Musik nicht kommt. Und ich glaube das hört man nicht so gern. Nein. Wenn du hier. Machst. Ja. Mach. 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 Leben. Leben. Puzzleteil. Wieso. Das muss jetzt einfach mal sein. Wir müssen jetzt mal 10 Minuten Leben farben. Sonst. Gehen wir hier Game Over in den. Ja. Ja. Sammeln. Anpflanzen. Eins. Zwei. Und rüber. Und. Und. Pinguin. 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 So. Das waren schon mal wieder ein paar Pinguine. Und rüber. Und rüber. Und rüber. Und rüber. Und rüber. Wann war das weiter? Ich glaub, das ist noch ein Stück. 구unilil. Dingnilil. Dingnililil. Dingnililin. Geht los, ne? Den wird wixenreicher, die Musik. Habe ich das wieder den ganzen Abend im Ohr? Ja. Ist aber auch ein schönes Lies, um das im Ohr zu haben. 刀,utyhm, maze. Unund. Ah, das grupoys nicht hier sogar. Das kann gut sein. Oh! Mann! Ich habe die ganze Zeit nach rechts geguckt, ob da schon was kommt und habe dann nicht darauf geachtet, wo ich lande. Die Verbindung wurde deiner. Du bist ausgegangen. Nein! Du bist so aus am Gehen. Rüber. Mann, jetzt war gerade Musik. War gerade Musik in der Bude. Oh, hoch! So, und natürlich noch das Puzzleteil. Das war wichtig. Und rüber. Ei, 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 ei. Pinguin. Vogel, Vogel und Pinguin. Pinguin, Pinguin. 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 Und Pinguin. Und zwischenlanden. Sehr gut. Rüber, rüber, rüber und Musik geht los! Dicker Vogel, dicker Vogel, dicker Vogel! Und was war mit dem kleinen Vogel? Kleiner Vogel. Ja, kleiner Vogel. Oh, Vogel, zurück zum Vogel und weiter zum Vogel. Und Vogel, 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 Vogel? Geschafft! Dann gibt's hier durch einen direkten dreifachen Leben. Ah ne, noch weiter kommt man nicht. Na gut, war aber auch nicht schlecht. Oh ja, Pinguin. Pinguin! Mach's bitte nicht so knapp. Ja, ich geb mein Bestes. Ich bleib einfach hier und hol mir ein Pinguin nach dem anderen. Die Frage ist, was mach ich nach den letzten Pinguin? Ich muss ja irgendwann mal weiter. Ah, so. Okay, und rüber. Das ganze Rad ausgebrottet. Jetzt kommen jetzt gleich die zwei, ne? Mhm. Ich weiß nicht mehr so genau, was kam. Dann kommen auf jeden Fall ein paar Vögelchen. Oh ja, genau, die gab's ja auch noch. Ja gut, wir müssen das Level ja auch nicht unbedingt schaffen. Doch. Doch. Du willst nur ein Geschenk. Oh, bis hier komm ich. Okay. Und Leben gibt's. Und noch mehr Leben gibt's. Und noch ein Leben gibt's. Boah, geht das ab hier? Okay. Ich musste mal landen. Dann gibt's doch gleich wieder ein paar Münzen. Da sind wir schon. Ey komm, das machst du nochmal. Oh, das war ja langweilig. Komm, machst du nochmal. Oh, ich bin runtergefallen. Ganz ungeschickt. Ja, das hättest du aber jetzt nicht machen müssen. Was? Was hat euch zwei Leben gekostet? Ach so. Ja, aber die sind ja schnell wieder drin. Das müssen wir so lange hier zweimal die Ladebildschirme. Das ist Lebenszeit, die da weit rauf geht. So, und, beam, beam. 107 Münzen schon. Das sind wieder 10 Sporkies. Hast du das Leben gesehen? Geht ab, wa? Da rüber. Und. Oh, und. Oh, ne, Mist. Scheiße. Oh, jetzt hab ich auch noch die Plattform kaputt gemacht. Das ist die aber unnötig schwer. Ja, ne? Und. Äh. Reicht. Aber es gab noch ein paar Münzen. Die wollte ich auch haben. Die ist auch wichtig. Ja. Sonst quarky kann ich nicht. Die erkauft sich nicht von alleine. Ach so. Okay. Da muss man zwischendurch mal aufm Leben verzichten, um ein paar Münzen einzusammeln. Und weiter geht's. UPPS! DEDEDEDEDEDEDEM DEDEDEDEDEDEDEDEDEDEM DEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEM DEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEM willingly, ähäähää. Komm, Pinguin. Mist. perfect. Hm. Aber es sind schon wieder 49 Leben. Da geht noch was. Ja, das ist aber der letzte Durchgang. Ja. Was? Ich will die Banana. Mist. Oh nein. Es war doch klar. Meinst du? Musst du nochmal, ne? Übergier tut selten Hochmut. Ja. Das meine ich, das Sprichwort. Genau, so circa. Übergier tut selten Hochmut. Oh Mann. Ich lebe aber noch. Aber ich glaube, diesmal nehmen wir in der Runde ein bisschen weniger mit. Aber die Münzen nicht. Also, lass mal nicht liegen. So. Oh Mann. Ich hör auf. Ich hör bei mir. Genau. Konzentrier dich auf das, was du da tun sollst. Hopps und hopps und hopps und hopps und hopps und platterflatter. Bim und bim und bim und wunderbar. Da haben wir schon wieder 53 Leben. 99 ging glaube ich nur, ne? Oder 100? 99. Das ist eine zweistellige Anzeige, ne? Aber Münzen geht ziemlich viel. Hm. Und rüber. Und so. Und so. Und. Heißt aber jetzt nicht, dass du auf Leben verzichten sollst. Doch. Nur für Münzen. Ich lebe für Münzen. Damit ich mir dafür Luftballons kaufen kann, wovon ich mir, äh, Leben wiederholen kann. Uh. Das geht gar nicht immer. Okay. Diesmal lande ich zwischen. Versprochen. Ja, aber warum? Du musst doch vielleicht einfach nur zwischendurch ein bisschen höher springen. Die Vögel, die gehen ja nicht weg. Die gehen nicht weg? Nein. Bin ich niedriger gesprungen als die letzten Male? Wahrscheinlich. Ich glaube nicht. Ich bin nur nicht weit genug gekommen. Ja, aber wenn du höher springst, dann kannst du auch weiter. Das stimmt. Je höher, desto weiter. So, glaube ich. Circa. Circa. Warte, warte, warte. Den hole ich auch noch. Guck mal her. Ich habe nichts riskiert. Nein. Das bestand kein Risiko. Und hier gibt es noch eine Münze. Und da unten auch. Dankeschön. Und weiter geht's. Eine Banane. Und noch ein Fass. Damit fliege ich durch Bananen. Und dann geht das weiter auf den Vogelkopf. Das ist eine Eule, ne? Ja. Was ist eine Eule? Ein Säugetier. Was? Da, es geht. Es geht. Es geht. Und ab geht das. Auf das Riesenrad. Das Riesenrad des Vergnügens. Wenn man die noch nicht sieht, dann ist das echt kritisch. Ja, komm, Pinguin. Bring ein Leben. Das war schon. Langweilig. Und hopps und hopps und weiter geht's auf den Pip-Maps drauf. Und jetzt kommen auch noch die, genau. Da war ja was. Sollen endlich viele von kommen? Ne, ne? Ne. Ich muss einfach in der Zeit, dass es irgendwann geschafft hat, mit ihm anzukommen. Das hat leider Pech. Okay, jetzt rocken wir erst hier unten aus. Und dann, mit dem ich den letzten habe. Oh. Dann wird's spannend. Ich brunne die noch. Müsste es jetzt eigentlich sein. Okay, dann hier auf den nächsten. Oh nein, das ist ausgerechnet der schon weg. Na gut. Dann machen wir jetzt so weiter. Hopps und hopps und hopps und hopps. Und rüber und das war's, ne? Ja. Das war's. Komm, dann hol dir dein Geschenk. Nee. Das ist rosa, das willst du eh nicht. Eben. Tada. Guck mal, wie schön das zu mir passt. Ja, schön passt das zu dir. Tüm, tüm. Hier, alles geschafft. Jetzt können wir auch was riskieren, indem wir uns an die Bonus-Level wagen. Und zwar nicht Fauna Phantasia. Nein, nicht Zuckerfass zum Abheben. Nein, nicht Melone zum Quadrat. Was ist das denn jetzt? Sondern Honig-Halekinaden. Was? Was war was? An normalen Leveln. Nee, es soll nur ein sechstes geben, mindestens ja noch. Weil wir haben ja unseren Kreis noch nicht komplett von dem Bonus-Level. Nee, nee, nee. Ich meine da. Ach so, hier. Weil, und das Kong-Level noch nicht. Ja, das Kong-Level haben wir ja erst, wenn wir da auch Kong geholt haben in dem Bonus-Level. Ah ja. Und hier unten, das sieht schwer nach Boss Punch mit Punch aus. Okay. Oder Boss Punch mit Punch. So, wahrscheinlich, ja. Aber wir machen erst Level A. Ne? Bonus-Level A. Ja. Jetzt müssen wir den ganzen Umweg gehen, obwohl ich das da sehe. Ja, Mann, oh. So, Honig-Halekinaden. Und weil wir was haben. Mit dem Squawky. Yeah, wir sind so reich. Mal gucken, wie lang das hält. Wahrscheinlich zwei Level. Oder so. Juh. Weißen, wie gefährlich sieht das denn aus. Nach links. Achtung, da ist ein Loch. Aber guck mal hier mit nach links. Kommen Sie die Meter bitte mit. Da ist doch was drüben. Komm, wir fliegen mal rüber. Ich glaube, das ist wieder eins, wo man Cranky eigentlich bräuchte. Oder eine Biene, die mitkommt. Biene. Oh, gib die auf. Du bist eine Kackbiene. Du bist echt eine Kackbiene. Okay, dann versuchen wir es so. Platter, platter. Und festhalten. Nein. Boah, bist du jetzt abgesprungen? Du bist ja fies. Okay, dann sammel mal ein. Das wird, glaube ich, schwierig. Ich habe das Gefühl, das wird sehr schwierig. Da können wir jetzt ganz viel Leben dran verplampern. Das wird eins sein, ne? Das wird definitiv eins sein. Ja, bleib mal bitte auf mir drauf. Ne, bist du da direkt dran, komme ich nicht. Aber jetzt hier festhalten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kann man hier irgendwann den... Ne, wir können ihn jetzt nicht wechseln. Wir müssen echt raus aus dem Spiel dafür. Ich weiß nicht, was wir tun. Na, wir versuchen das jetzt noch mal. Ich springe bis dahin. Und sobald die runterkommen, springst du ab. Damit wir mit zwei Leuten versuchen, einen zu sammeln. Ja. Das geht nicht. Komm einfach nicht bis da. So, dann spring mal ab. Ah, Kacke, dann stirbst du zu schnell. Nein! Okay, wir müssen es mit dem alten Mann machen. Wir holen den alten Mann. Wir treffen uns hier gleich wieder. Und da sind wir wieder. Oh, ein Stock. Nein, wie siehst du denn aus? Du hast dich irgendwie verändert. So, jetzt guck mal, was du kannst. Kannst du was? Vorsicht! Ne, nicht einfach so reinrennen. Das ist ja lebensgefährlich. Was denn? Ja, weiß nicht. Drück mal über die Knöpfe. Guck mal, ob du irgendwas kannst. Okay, du kannst dich überkloppt rumhauen. Kann ich denn mit dir zusammen? Hm. Hm, 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 hm. Das müssen wir auch noch erst mal üben, wie das hier gehen soll. Wie kann man denn mit dem jetzt über Stacheln gehen? Wenn man jetzt hier einfach läuft. Ah. Was hast du jetzt gemacht? In der Luft nochmal springen. Okay, weiß ich Bescheid. Sehr gut. Sehr gute Funktion. Ja. Wunderbar. Haben wir es geschafft. Wir haben das erste Puzzleteil. Boing. 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 Hey. Oh. 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 Cranky ist tot. Cranky ist tot. Oh. 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 Duh. Oh. Hüpf mal in der Luft. Du kannst nicht fliegen. ich bin schon drüben hier unten ist eine banane oh gott oh das reicht nicht das ist kacke willst fliegen können ja aber wir haben ja jetzt meinst du kommt noch einer wahrscheinlich die welt sieht so aus jetzt drücken wir in der luft noch mal springen das ist das ja aber das bringt mir nicht nein das bringt ja wenn du abstürzt bringt das nichts mehr aber damit kannst du über stacheln laufen das ist auch total gut mann du kannst nicht fliegen ja kann nicht liegen jetzt merkst du mal wie schlimm ich hab das habe ich die ganze zeit so ich kann nicht immer du bist das ja nicht gewohnt dass ich nicht fliegen kann dass ich eigentlich fliegen könnte ja super wenn da irgendwelche sachen kommen die weit oben sind dann kommt man da auch nicht mehr dran okay mach du mal hier den alten mann am rand ja okay oder bring du rein und hol das das muss man die machen buch ja wahrscheinlich noch ja okay ich hab's abbegriffen sich niemand fast mit ja ich war nachdem ist die biene gegen flogen oder links was ist ja den weg den weg sieht ein bisschen gefährlich aus hier das ist nicht schlimm ist nur springen schaffst du kannst nicht fliegen ja ich weiß nicht ob du es noch weißt aber du kannst nicht fliegen okay mach ich es halt alleine Mist ich kann nicht fliegen oh man das wird ein traum okay kann man sich merken oder hoffentlich mal sehen wie lange oh man jetzt ist es jetzt ach ne du kommst da doch noch hin du musst in der luft nochmal springen genau sehr gut sehr gut Cranky du merkst das ja bitte hab ich was glaub du noch gekriegt okay weiter gehts mit klettern okay ich weiß was passiert wenn wir da dran hüpfen uhuhuhu spiel das ding ab äh 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 ich hab's nicht geschafft hier banan 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 leben 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 ob wir die hier kriegen müssen oh was 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 nee nee müssen wir nicht ein squawki macht nix uhuhuhu ich rutsch auf den bauch oh ich komme nicht mehr sein ich bin tot oh man oh oh alles geht kaputt alles geht kaputt oh auch ich da unten dran hängt was warte noch auf mich verrückt der Affe oh man wir verlieren viele leben mit dir alter mann bitte alter mann das find's mal gut ich bin weg eu tschööööö出 noch hier der ganzen leben für alle kriegen jetzt ist mein herz ich werde das ist gar nicht so ungefährlich irgendwie ich muss mal so münze habe ich wo müssen wir hin ach nach oben wo bist du wo hätte ich denn da jetzt wieder kommen können die ganze zeit wo ich da dran hänge du hängst ja daneben mir wäre gegangen aber okay du wolltest nicht verstanden ich habe noch mein alter mann ist immer was anderes darüber und oben drauf hier nach links bestimmt hier links ja ich bin ganz viele bienen und ein bombeding das kriegst du doch gut das ganze tolles also ja schön ich habe dich mit dem stock wie ein schöner flug ich hoffe wir sind in den bienen ist musstest du das wie die gefährlichsten tiere der welt sind ein bonus level ich habe dich übrigens okay dann habe ich dich wohl soll ich ja was ja wolltest du abhüpfen wolltest du fragen oder damit wir mit zwei parallel hüpfen können sammeln wir mehr ein durch sehr gut der der dem alte cranky man mit cranky an bord jetzt hat er wenigstens auch mal seinen einsatz gehabt er sonst auch traurig wo die transportieren hier irgendwas nämlich mit die biene hat schwerer die biene hat eindeutig schwerer als die hand ich bin weg aber da wäre irgendwie was hat er sich jetzt regt er sich da unten ich sehe doch auch richtig nicht was geht wie eine warte bis da oben drin ich hole dich ja ist ja gut ich hab's ja verstanden ich weiß noch nicht wie sind wir denn von mir okay na gut ja war schlecht aber hey die kämmer doch ist der der so eine frucht geklaut hat ich habe losgelassen aber ich muss noch die fluggeschwindigkeit der biene mit einberechnen aber was soll da drin sein leben mit dem hoch irgendwie ab an gedrückt warum ich wollte dass die hoch fliegt die biene wollte gegen hauen und sagen wie eine fliegt hoch aber es wollte biene nicht ach toll habe ich denke ich verpasst ja man kann sie doch hoch das wollte ich hier bin blöde biene blöde biene blöde biene blöde biene fliege hoch fliege hoch fliege hoch fliege hoch fliege hoch was lacht ihr ich darf lassen oh nein vielleicht wärst du lieber zurückgegangen ja ja vielleicht wärst du lieber nicht gestorben ja ja ich habe hier die bieten oh warte auf mich bliege 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 fliege bliege man kann es kaputt hauen oh mann warum sind wir denn so kacke ich habe das gefühl wir sind heute besonders kacke aber das hatte ich beim letzten mal schon das gefühl das hat zu mich schon wieder ja damit die mit kommst das ist unser beider wohl nein doch nein 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 der stecker darf ich ein quengelkorb los kommen alter mann toll weg ist da doch man das ist gar nicht schaffbar das ein unmögliches level ja das problem ist ja die hälfte der leben verlor aber es sind ja auch nur zwei bonuslevel wenn jedem bonuslevel die hälfte leben verlieren dann ist alles noch gut und musste das halt noch zweimal machen ja noch biene drauf so konfass vorsichtshalber man weiß ja nie wann wir mal wieder ein konfass brauchen jetzt wunderbar drüben ist weg ist weg immer nächsten okay bisschen hoch kloppen oben okay wir müssen runter okay ich wollte nein warum holst du es auch nicht wieder an dir dran ich kann das nicht steuern also warum hängst du dann mehr dran na gut ich fliege dann schon mal vor heute ich krieg so meine biene und ruf und ruf und ruf und warum schmiert das jetzt so schnell ab ich bin ich so schnell ab ich brauche das noch und rüber und wunderbar so dann holst du oh nein du musst höher du musst schlagen ich kann nicht ich hab Angst hier was loszulassen ja aber okay dann dann steigt da ab und warte eben wo bin ich denn noch ich bin immer noch unterwegs da bin ich ich hab Angst hier was zu drücken um gottes will nur sagen wir die paar dinge allein mein herz so hat es gelohnt ich hab das gehört wir leben noch ich hab nur ich auch sporki achte zwischendurch mal sicher aber dann wird er doch jetzt schon machen würde er heißt nichts da ist eindeutig nichts kann ich ganz klar oder was sind hier los nein wir hoffen zu fressen was los da wo ist eine pflanze oh banane boah was hat der sie denn hier liegen ok ging noch oh bombe wohin was soll ich damit da unten ist was da unten ist auf jeden fall ein bonus fass sondern was ist hier oben eine münze wo unten da rechts das ist ein bonus fass ich habe stimmt da nicht weiter nein ich glaube erst da oben weiter oder ich weiß es nicht was bock gemacht hier parla war an der auf der höhe ok ich komme noch nicht hin das ist schwierig wenn man da keinen nächsten sprung hat aber okay wir versuchen es noch einmal bist getrennt ich auch wem bin ich nicht so jetzt töten wir die biene hatte ich mir nicht so brauche trotzdem ich bin genau dann zu dir gezogen worden als du gesprungen bist ja schön jetzt halte ich dann da fest okay ich warte mal dass du zurückkommst oder ich werde nachgezogen gut du hält dich einfach hier fest okay dann habe ich nämlich ein paar mehr versuche wenn ich runter fall okay das hat schon nichts gebracht also ich muss rollen irgendwie und dann springt treffer guck mal wie jetzt abgeht also wenn hier nichts ist weiß ich auch nicht wo was ist unten lang und dann gibt es ein puzzelteil und wir sind wieder da wo angefangen haben ich bin aus versehen zu früh gesprungen ja ganz aus versehen ja war aus versehen und dann ist das mit mit und ich habe dich noch wenn wir jetzt darüber am geschickt ist nicht so und der kreis denn denn allerdings was ja ja hast du gewusst direkt das nächste puzzle teil ja wunderbar gut es fehlt nur das eine äh wo war oh gott wo bist du denn jetzt hin hier ich hänge hier noch wo wir besser mit dixi dran gewesen wären oh was warum fällt das jetzt ab oh nein oh nein wir haben ein bisschen eins oh andersrum oh nein hol auf ja wie denn weil ich okay ich drehe dich an so hol das geh ich ja oder bleibst du hier bleibst du hier okay dann komme ich wieder hier ist auch das ziel so das war dein einziger cranky ausflug bestimmt ja hoffentlich und damit kannst du dich von cranky verabschieden tschüss 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 alter sack und wir holen uns jetzt Dixi bis gleich muss das nicht erst mal verspeichern also die batterieladung des v u gamepads ist erschöpft das trifft sich ja gerade dann können wir beide rausgehen oh kannst du schon mal das kabel suchen bis gleich ja wo ist denn der cranky ach der cranky hat sich eine blonde perücke gegau gut gut so ist besser so ist besser jetzt kannst du auch wieder fliegen ist das gut ja so gut Leben hab ich gekriegt Liebe weg es geht schon wieder los ne da unten waren nur ein paar aber ne anderen ja gut also töten musst du dich deswegen ja nicht direkt nur weil da ein paar paar ne anderen sind es ist so traurig hm nicht gesehen jep 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 ach geh weg ach Biene geh doch weg kommt der genau weg gleich ich trommel wo den muss nehmen wir nehmen hier oben war das ne war das nicht hier und da kam gleich links irgendwie dieser weg na hier ist es Aua danke ups guckst du guckst du komm ich dran du bist irgendwie gegen das Rad geballert hä ist da was drin da sind Piguinen drin ne nicht Piguinen was denn ein Hamster das ist ein Hamster das könnte ein Hamster sein oder irgendein anderes geht hier egal ich bin hier rüber so also springen springen ist angesagt trambolin ja töte dich nicht ja oh ich dafür nicht mehr am besten holst du von unten oder von den Krustenpumlin aus ich komm doch nicht so hoch ok sehr gut sehr gut wunderbar wir haben das letzte Puzzleteil alle Puzzleteile da brauchen wir es nur noch durchdüsen wiii 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 wisse ich weiß es nicht haben wir gesagt durchdüsen wiii wiii wiiiiiii tot 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 so bringt mir selbst die nix 10 bananen sind hier drin und ich habe die nächste genommen die nächste biene man hatte ich uns voll leben oder ich wieder so ich nehme nicht mal mit ich glaube dann komme ich hier auch einfach darüber weil das dort ist mir zu gefährlich jetzt hast du absteigen mit dem komischen flattern was ist da wie ich da unten der mit der die frucht klaut er ist mir zu ich habe eine biene getötet ganz toll gemacht ja bienen sind gefährlich musst du wissen die gefährlichsten die kritik weiß ich habe schon mal gesagt sterben mehr bienen mehr menschen durch die sterben mehr bienen durch menschen ja das stimmt wahrscheinlich auch aber sterben mehr menschen durch bienen als im durch so mal dazu so wie alles am rande so wir müssen nur hoch müssen ja nur nach links danke komisches wie wo ist das andere ding hier und darüber und der schmiert es glaube ich ab ne ja du musst wieder kommen kommt kommt hier wieder weil ich bin ich drauf werden ob es geht andersrum oder typisch hätte mich an dem ding ja noch festhalten können das bleibt ja da kleben erst mal allein noch mal eine ganze runde ja genau ist mich doch wofür eigentlich wohl dafür du hast mich nicht mehr nicht du hattest mich ich habe ich dann bist aber selber abgestiegen weil ich kann ich kann dich nicht absteigen lassen das geht nicht die funktion gibt es nicht ich bin mir also sehr sicher dass du freiwillig abgestiegen bist und dann so verrückt rumhüpfen du hast mich noch ja ich weiß ich weiß nicht du kannst mir ist egal du kannst auch ruhig absteigen du hast mich noch ja ich weiß wird einmal drum so weiter 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 und jetzt einfach hier drauf bleiben erst mal das stirbt nämlich nicht direkt und kann auch in ruhe hierüber und dann flattern und dann ist man da und dann ist alles gut ah wie schön wir haben 238 münzen meine güte das sind 23 score riesen hatten wir das konkurrent ja klar und damit haben wir das erste bonuslevel schon geschafft schon locker schon locker Ja.